Jo 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 Freunde und damit Willkommen zur nächsten Runde Battlefield 1. Wir spielen wieder Team Deathmatch. Das Spiel ist schon im Gange. Und jetzt versuchen wir das Ding hier zu drehen. Wir liegen leicht im Rückstand. Wo sind die Gegner? Da ist einer. Schnell hier rein. Ich habe ihn doch gesehen, Mann. So. Nächster Kill. Ich höre noch einen. Wo ist der Mann? Da hinten läuft er. Er läuft einfach weg. Oh, was geht hier ab? Noch einen. Shit! Ich habe ihn wieder down. Ich gehe natürlich wieder direkt rein. Ziemlich ausgeglichenes Match hier. Was geht, Alter? Was geht, Alter? Gehen nachladen. What? Er kommt hier mit einer Schrotze rein, ey. Penner. Glaub' icha wohl nicht, äh. Glaub icha wohl nicht, ey. Ja! Ich höre wieder ein. Shit, man. Boah, Mist. Schon wieder von hinten? Wieso geht das aber nicht? Einen wegholen, dann sterben. Gibt ihn mir doch. Naja, das ist mein Mate. Na der, ey, ich hasse diese Schrotze. Halbzeit, wir müssen mehr Druck machen. Ja, das glaube ich aber auch. Neu, ein 7, sieht gar nicht gut aus. Was ist hier los, Mann? Sehr schön. Da war doch einer. Nennen, nennen, da her, da. Ey, er läuft einfach weg, Junge. Was ist das denn? Jetzt ist er down. Und liegt in viel. Ach, links kam auch noch raus. Boah, läuft gerade gar nicht. Aber es ist irgendwie eine spannende Runde. Boah, ist raus, Mann. Jetzt haben wir gut ausgeteilt. Wir sind doch ein bisschen deutlicher in Führung gegangen. Wer liebt hier, Mann. Wir haben so gut wie gewonnen. Wir haben so gut wie gewonnen. Junge, ich bin's. Kommt jetzt hier rum, Mann. Boah, komm her! Danke dir. Ach, shit, da hinten. Ich hab'n, ich hab'n grad gesehen, ja. Der 300 Bar-Shooter. Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n. Los, ich brauch' mehr Gegner. Ah, wenigstens noch einen weggeholt. 99 braucht noch einen Kill Sehr nice Das Ding geholt Auch wenn ich nicht allzu viel gemacht habe Aber 15-11 Ist glaube ich trotzdem ganz okay Ich hoffe natürlich wieder Dass es euch gefallen hat Und würde sagen Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und Tschüss